Hallo liebe Zuschauer, ich möchte euch eine kleine Hilfe für das Gespräch mit Impfskeptikern präsentieren. Ich habe euch bereits im letzten Video einige wichtige Informationen bezüglich des Coronavirus gegeben, damit ihr für solche Gespräche gut gerüstet seid. Wir haben etabliert, dass das Coronavirus existiert und es gefährlich ist. Um uns und unsere Mitmenschen zu schützen, brauchen wir unbedingt Impfungen. Vor denen haben aber manche Menschen eine übermäßige und unbegründete Angst. Menschen sind verunsichert und sie wissen gar nicht, was sie tun sollten. Um ihre Entscheidung zu erleichtern, möchte ich einige Fake Facts zeigen und die meiner Meinung nach zwei wichtigsten Fragen beantworten. Ist die Pandemie vorbei, wenn wir eine Herdenimmunität erreicht haben? Verhindert die Impfung die Übertragung des Virus? Schützt also eine Impfung auch andere Menschen und nicht nur die Geimpften? Ich möchte mich nicht wiederholen und ich will deswegen nicht wieder von vorne mit dem Thema anfangen. Fragen wie diese habe ich bereits in mehreren Videos beantwortet. In diesem Video möchte ich mich auf Fragen konzentrieren, die auf meinem Kanal in den Kommentaren immer wieder auftauchen. Anhand dieser Fragen besprechen wir dann die wichtigsten Punkte. Fake Fact Nummer 1. Die Impfung schwächt das Immunsystem. Das kennt man auch von Menschen, die ihre Kinder nicht impfen lassen wollen. Zu viele Impfungen würden das Immunsystem überlasten und schwächen. Das ist natürlich nicht wahr. Wir sind ununterbrochen in Kontakt mit unterschiedlichen pathogenen Mikroorganismen. Unser Immunsystem erkennt Millionen von Antigenen und kann mehrere tausend Erreger gleichzeitig bekämpfen. Allein auf euren Handys befinden sich mehr unterschiedliche Bakterien, als ihr je Impfungen bekommen habt. Wenn ihr im Gesundheitswesen arbeitet, könnt ihr locker mit der zehnfachen Menge rechnen. Diese Studie hat über 200 verschiedene Bakterien auf Handys von Mitarbeitern im Gesundheitswesen gefunden. Diese Menschen sind im immunologischen Sinne nichts Besonderes. Sie kommen mit diesen Keimen trotzdem einfach klar. Wenn ihr das krass findet, solltet ihr gar nicht nachgucken, was sich alles auf eurer Zahnbürste befindet. Eine Impfung schwächt das Immunsystem nicht. Im Gegenteil. Eine Impfung ist ein Training für den Ernstfall. Corona-Impfungen stellen unserem Immunsystem ein besonderes Erkennungsmerkmal des Coronavirus vor, das Spike-Protein. Das Immunsystem kann sich dieses Protein in Ruhe angucken und eine effektive Verteidigungsstrategie entwickeln. Wenn ein vorbereitetes Immunsystem nach der Impfung mit dem echten Virus in Kontakt kommt, kann der Kampf ohne die ansonsten übliche Verzögerung sofort beginnen. Eine Impfung nimmt dem Virus den Vorsprung, den es normalerweise gehabt hätte. Das heißt, Geimpfte werden nicht mehr krank oder immerhin nicht schwer krank und die Virusreplikation wird von Anfang an deutlich gehemmt. Um ein bisschen mehr Vertrauen in unser Immunsystem zu wecken, könnten wir uns einen Säugling angucken. Ein Säugling kommt mit mehreren Impfungen gleichzeitig einwandfrei klar. Viele Eltern haben vor 5- oder 7-fach Impfungen Angst, wenn sie wüssten, dass ein Säugling theoretisch etwa 10.000 gleichzeitige Impfungen verkraften könnte. Kann also eine einzige Impfung, die nicht mal ein ganzes Virus, sondern nur ein einziges Eiweiß beinhaltet, unser Immunsystem überfordern? Auf keinen Fall. Und auch ein Vektor-Impfstoff mit sämtlichen Antigenen des Vektor-Virus schafft das nicht. Fake Fact Nummer 2. Herdenimmunität entsteht auch durch eine natürlich durchgemachte Krankheit. Das mag vielleicht logisch klingen, stimmt aber nicht. Und nein, ich kann den orangenen Idioten überhaupt nicht leiden. Eine natürliche Herdenimmunität ist eine Illusion. Pocken wurde nach einem Jahrzehnt der langen Impfkampagne erst vor 40 Jahren ausgerottet. Der Krankheitserreger zirkulierte in der Weltbevölkerung für eine Ewigkeit, ohne dass eine Herdenimmunität entstand. Wir haben keine natürliche Herdenimmunität gegen Influenza, Rhinoviren, Masern, Polio, Keuchhusten, Hepatitis oder Ebola entwickelt. Das würde theoretisch überhaupt nur dann möglich sein, wenn eine durchgemachte Infektion eine lebenslange oder mindestens eine sehr lang anhaltende Immunität auslösen würde und der Erreger eine gewisse Trägheit besitzen würde. Das ist beim Coronavirus definitiv nicht der Fall. Es sind jetzt schon mehrere Varianten unterwegs. Außerdem wissen wir nicht, wie lange die Immunität nach einer durchgemachten Infektion anhält. Man kann aber wahrscheinlich nur mit Monaten, eventuell einigen Jahren rechnen. Eine Herdenimmunität wird also auf natürliche Weise nicht entstehen. Diese Infektionskette könnte nur dann unterbrochen werden, wenn der Mensch an der ersten Stelle länger im Mund bleiben würde, als das Virus braucht, um eine komplette Runde zu machen. Ansonsten könnte das Virus für eine Ewigkeit zirkulieren und immer wieder neue Erkrankungen verursachen. So etwa, wie wir das bei der Grippe sehen. Dieser Teufelskreis kann daher nur durch Impfungen unterbrochen werden. Würden wir das Virus einfach freilassen, entstünde keine Herdenimmunität. Das würde nur zu deutlich höheren Todeszahlen, einem kompletten Zusammenbruch des Gesundheitssystems und zu weiteren Virusvarianten führen. Irgendwas stimmt nicht. Das habe ich vergessen. Fake Fact Nummer 3. Ich war noch nie krank, brauche also keine Impfung. Geek Girl bittet in ihrem Kommentar darum, dass wir akzeptieren, dass es eben Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen wollen oder können. Ich denke, wir haben nie in Frage gestellt, dass es Menschen gibt, die sich nicht impfen lassen können. Wir haben immer nur über Menschen geredet, die sich nicht impfen lassen wollen. Es ist meiner Meinung nach kristallklar, dass Impfungen nur von Menschen abgelehnt werden, die Impfungen einfach pragmatisch aus Prinzip ablehnen und sie sind meistens komplett immun gegen Fakten, verunsichert sind und Angst vor Nebenwirkungen haben oder überzeugt sind, dass es vernünftige und effektive Alternativen gibt. Stichwort Immunstärkung. Sie haben eins gemeinsam. Sie sind alle schlecht informiert und verstehen nicht, worum es geht. Ich bin überzeugt, dass ein Großteil der Impfskeptiker nur eine vernünftige Aufklärung braucht, um zu verstehen, warum Impfungen so wichtig sind. Manche denken, dass sie gesund wären und keine Impfung bräuchten. Aber wir werden das Coronavirus nicht so einfach loswerden. Wenn wir das schaffen wollen, müssen wir alle zusammenhalten. Jung und alt, krank und vermeintlich gesund auch. Auch jetzt sterben junge und gesunde Menschen. Du bist nicht unverletzlich, auch wenn du das denkst. Die neueren Varianten sind ansteckender und auch für Jüngere gefährlicher. Das Risiko einer Impfkomplikation ist jetzt schon deutlich geringer als das Risiko durch Covid zu sterben und dann habe ich nicht mal was zu den zahlreichen nicht tödlichen Komplikationen der Covid gesagt. Man darf die Risikogruppen nicht einfach abschreiben, nur weil du noch nicht dazu gehörst. Wenn wir jetzt nicht handeln, kann das Problem durch neue Virusmutanten schneller eskalieren, als du denkst. Die Entstehung neuer Virusmutationen, die vielleicht ausgerechnet für dich besonders gefährlich werden, kann am besten mit einer schnellstmöglichen Durchimpfung der ganzen Welt erfolgen. Also Geek Girl, du solltest ein bisschen voraufschauender denken. Fake Fact Nummer 4. Die Impfung verhindert die Krankheit nicht. Die Impfungen schützen effektiv gegen schweren oder tödlichen Erkrankungen und das ist doch nicht schlecht, oder? Geimpfte haben außerdem meistens nicht davor Angst, doch krank zu werden, wobei keine der Impfungen hundertprozentige Schutz bietet. Man macht sich eher Sorgen um andere, die nicht geimpft werden können oder einfach krank und gefährdet sind. Ich denke, die meisten jungen Leuten, die sich impfen lassen, denken nicht an sich selbst, sondern an Kindern, an Schwangeren und Opas und Omas. Das macht aber natürlich nur dann Sinn, wenn die Impfung die Verbreitung des Virus verhindert. Wir haben das immer noch nicht mit letzter Sicherheit bewiesen, aber die Daten kommen langsam und die Ergebnisse sehen richtig gut aus. Diese bekannte Studie aus Israel konnte zeigen, dass Patienten, die mit dem Pfizer-BioNTech-Impfstoff geimpft wurden, eine geringere Viruslast in der Nase hatten. Wir wissen, dass die Anzahl an Viruspartikeln in der Nase bzw. im Rachenraum mit der Infektiosität korreliert. Je höher die Viruslast, desto ansteckender ist der Virusträger. Die Israel-Studie wurde bisher nicht als Beweis zitiert, da sie bis vor ein paar Tagen nicht peer-reviewed wurde. Das ist unerlässlich, um methodische oder Studiendesign-Fehlers zu entdecken. Das Peer-Review ist aber endlich durch und die Daten wurden am 29.03.2021 im Nature veröffentlicht. Die Studie bestätigte das, was der gesunde Medizinerverstand schon lange vermutete. Die Impfungen senken die Anzahl an Viruspartikeln in der Nase und vermindern damit die Infektiosität. Sie schützen also nicht nur Geimpfte, sondern auch indirekt alle anderen. Man darf immer noch nicht sagen, dass die Sache wissenschaftlich eindeutig bewiesen ist, aber das hier ist ein sehr wichtiger Hinweis. Ich erwarte, dass diese Ergebnisse in den nächsten Monaten weiter bestätigt werden. Und dann werden wir natürlich das nächste Problem haben. Wie geht es für Geimpfte weiter? Geimpfte sollten so lange keine Privilegien bekommen, bis alle die Chance hatten, sich impfen zu lassen. Aber wenn man nun geimpft ist und wir wissen, dass Geimpfte nicht mehr ansteckend sind, wie könnte man noch eine Quarantäne oder eine Testpflicht begründen? Werden wohl die Gruppierungen, die bisher auf Solidarität gepfiffen haben, aus Solidarität erwarten, dass ein Geimpfter doch in Quarantäne geht oder für sinnlose Selbsttests Geld ausgibt? Well, well, well. How the turn tables... Fake Fact Nummer 5. Die Impfung lohnt sich jetzt noch nicht, da wir nicht wissen, dass die Impfstoffe gegen die neuen Virusvarianten wirken. Die Mutationen Virusvarianten sind beängstigend. Die WHO und die CDC überwachen die Entwicklung des Virus und filtern mögliche Problemkandidaten heraus. Als ich dieses Video Anfang April 2021 vorbereitete, wussten wir von 5 besorgniserregenden Varianten. Nummer 1. Die britische Variante. Diese Variante ist etwa 50% ansteckender und etwas tödlicher. Sie weist zwar im Spike-Protein einige Mutationen auf, aber es gibt bisher keine Hinweise auf eine substanziell verringerte Wirksamkeit der Impfstoffe. Nach der Impfung werden Antikörper gebildet, die das ganze Spike-Protein erkennen können. Auch wenn einige punktuelle Veränderungen auftreten, werden die Antikörper zunächst relativ gut wirken. Je mehr sich die Struktur des Spike-Proteins ändert, desto geringer wird der Antikörperschutz. Das Immunsystem besteht aber nicht nur aus Antikörpern. Es sind einige zelluläre Elemente involviert, wie die T- und B-Zellen. Sie werden durch die Impfung auch stimuliert und wir wissen noch nicht, ob ihre Wirksamkeit durch die Mutationen auch verringert wird. Die südafrikanische Variante. Ähnlich wie die britische Variante deutlich ansteckender, aber scheinbar nicht tödlicher. Diese Variante ist besorgniserregend, da die Antikörper, die das Immunsystem nach der Impfung bildet, gegen das veränderte Virus weniger wirksam sind. Die brasilianische Variante. Diese Variante ist ebenfalls resistenter gegen die Antikörper. Die amerikanische CDC listet zwei weitere besorgniserregende Varianten auf. Diese sind noch resistenter gegen die Antikörper, dafür etwas weniger ansteckend. Diese Varianten haben bei uns bisher keine Probleme verursacht, aber wir alle wissen inzwischen, wie schnell sowas gehen kann. Auf der Webseite der CDC findet man detaillierte Informationen und eine aus drei Alarmstufen bestehende Eingruppierung der Varianten. Gute Nachricht, es wurde bisher keine Variante in die höchste Alarmstufe eingestuft. Diese Varianten entstehen vor allem dadurch, dass das Virus sich ungehemmt ausbreiten kann. Wenn wir das verhindern wollen, müssen wir weltweit und so schnell wie möglich impfen. Damit verhindert man nicht nur Todesfälle, sondern auch die Entstehung neuerer Varianten. Die Impfung macht also jetzt schon Sinn. Sehr sogar. Man sollte nicht darauf warten, dass man erst einen neuen Impfstoff entwickelt, der auch gegen den neuen Varianten effektiver ist. Das könnte man später zusätzlich als ein kleines Update impfen lassen. Wenn wir das konsequent durchziehen, werden wir irgendwann mal wieder Normalität erreichen. Was heißt es aber, dass genau? Wird das Virus irgendwann mal einfach verschwinden? Wahrscheinlich nicht. Was wird aber mit dem Virus in den nächsten Jahren passieren? Das Coronavirus wird mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit endemisch. Die Nature hat über 100 Fachleute befragt und die absolute Mehrheit denkt, dass das Coronavirus langfristig bei uns bleiben werde. Das bedeutet aber nicht, dass wir für die nächsten 20 Jahre Maske tragen müssen oder immer wieder in Quarantäne geschickt werden. Wie genau die Zukunft aussehen wird, hängt von der erworbenen Immunität der Bevölkerung und von der Weiterentwicklung des Virus ab. Das Virus wird im Idealfall langsam zurückgedrängt und wird uns in Form von saisonalen Infektionsfällen begleiten, ähnlich wie die Influenza. Die meisten Experten sind der Meinung, dass man dieses Virus nicht ausrutten könne. Wir müssen also lernen, mit dem Virus zu leben. Das ist keine unmögliche Aufgabe. Das gleiche haben wir auch mit der Influenza geschafft. Schön ist das natürlich nicht, aber wir haben keine andere Wahl. Fake Fact Nummer 6. Die Impfung fördert die Entstehung neuer, gefährlicherer Mutanten. Das haben wir auch schon von Herrn Awey gehört, oder? Diese Angst entstand aus dieser Theorie. Dieser Artikel wurde im Jahr 2015 veröffentlicht, ist aber jetzt erst wirklich populär geworden. Viele Impfgegner benutzen diesen Artikel als Beweis für die Schädlichkeit der nicht-sterilen Corona-Impfungen. Es handelt sich hier aber um eine Theorie, eine Idee, eine interessante Hypothese, wie die Autoren selbst in fast jedem Absatz immer wieder betonen. Sie haben keine Beweise dafür, dass Impfungen tatsächlich die Entstehung gefährlicherer Virusmutanten unterstützen würden. Der Artikel ist wirklich super interessant. Schade, dass er missbraucht wird. Die neuen Virusvarianten entstehen dadurch, dass das Virus ungehemmt Menschenmassen infizieren, sich in den Menschen unkontrolliert vermehren kann und insgesamt eine sehr hohe Kopienanzahl erreichen kann. Man könnte sehr vereinfacht sagen, je höher die absolute Anzahl der Viren, desto wahrscheinlicher, dass eine neue Mutation entsteht. Ich kann euch diesen Artikel sehr empfehlen. Hier wird sehr gut dargestellt, warum die Impfungsresistenz im Vergleich zu Antibiotikumresistenz kein großes Problem ist. Eine Resistenzentwicklung gegen Impfungen ist deutlich seltener als eine Antibiotikumresistenz. Das hat zwei wichtige Gründe. Grund Nummer 1, das Timing. Impfungen werden prophylaktisch gegeben, Antibiotika therapeutisch. Das bedeutet, dass Impfungen die Vermehrung der Pathogen bereits von Anfang an behindern können. Es kann dadurch keine hohe Kopienanzahl erreicht werden. Je kleiner die Gesamterregeranzahl ist, desto unwahrscheinlicher, dass neue Mutationen entstehen. Grund Nummer 2, Antibiotika wirken auf ein spezifisches Target. Impfungen haben aber eine komplexe Wirkungsweise. Es ist viel schwieriger, gegen einen komplexen Schutzmechanismus eine Mutation zu entwickeln. Wie ihr bemerkt habt, ich rede die ganze Zeit über eine Resistenzentwicklung gegen die Impfungen. Genau das ist nämlich das, was passieren könnte. Eine Impfung kann nicht die Entstehung irgendwelcher Superviren provozieren. Wenn sich das Virus gegen die Impfung wehren will, dann muss die neue Mutation gegen die Impfung schützen. Eine andere Art Selektionsdruck entsteht durch die Impfungen nicht. Es kann natürlich eine zufällige, gefährliche Mutation entstehen, aber das ist wahrscheinlicher, wenn das Virus in einer sehr viel höheren Kopienanzahl existiert. Da die Impfungen die Gesamtzahl an Viren reduzieren, reduzieren sie auch die Wahrscheinlichkeit neuer Mutationen. Wie lange könnte es dauern, bis das Coronavirus gegen die Impfung eine Resistenz entwickelt? Bisher war diese Zeit ziemlich lang. Die roten Linien zeigen hier die Zeit zwischen der Erstapplikation eines Medikamentes und dem ersten dokumentierten Fall einer Resistenz. Wie ihr seht, Bakterien entwickeln eine Resistenz gegen Antibiotika innerhalb von wenigen Jahren. Die Resistenzentwicklung gegen Impfungen ist dagegen viel langsamer. Im Fall der Diphtherie haben 100 Jahre nicht gereicht. Pocken wurde schneller ausgerottet, als eine Resistenz hätte entstehen können. Polio, Mumps, Röteln haben es in über 50 Jahren nicht geschafft, eine Resistenz zu entwickeln. Wie diese Grafik bei den Corona-Impfstoffen aussehen wird, ist noch nicht bekannt. Es handelt sich um ein Virus, das sich sehr schnell verändern kann. Außerdem entsteht durch die mRNA-Impfungen nicht so eine große Palette an Antikörpern wie bei den klassischen Impfungen. Auch wenn das Virus eine Lösung findet, die Impfung auszutricksen, geht die Welt nicht unter. Es wird eine neue Impfung verabreicht, genauso wie bei der Influenza. Würden wir eine vernünftige Grundimmunität erreichen, müsste sich auch natürlich nicht jeder Mensch jedes Jahr impfen lassen, nur Menschen in klar definierten Risikogruppen. Wir müssen aber zuerst eine haltbare Grundimmunität in der ganzen Bevölkerung erreichen. Genau daran wird jetzt gearbeitet. Je schneller wir das erreichen, desto schneller kehrt Normalität wieder zurück. Und ich denke, das ist ein gutes Schlusswort für dieses Video. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Solltet ihr noch Fragen haben, schreibt mir bitte einen Kommentar oder eine E-Mail. Dankeschön, wir sehen uns bald wieder.